Hallo und herzlich willkommen zu Videospaß mit Morgi und einer neuen Folge von Ori and the Blind Forest. Ja Leute, wir sind hier der kleine putzige Kerl und es scheint wir sind der Sprössling des Geisterbaumes in einer Welt, die früher geblüht hat und voller Leben war. Und in der ersten Folge, die ich euch ernstens ans Herz lege, denn das Intro war unglaublich schön und sehr traurig, sind unser Freund, ein großer, dicker und lustiger Geselle und auch Ori, der Kleine hier ist, ich gehe davon aus, dass es Ori ist, sind gestorben, sind verhungert, weil die Welt um sie herum zugrunde ging. Wir wollen jetzt aber kein Trübsal blasen und versuchen, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Und dazu sollen wir zum Geisterbaum. Finde den Geisterbaum und hier, wir müssen jetzt hier hoch. Drücke Tab, um die Karte anzusehen. Ja, habe ich gemacht. Und so können wir hier Energie sammeln und wir können auch jetzt den Strip zerstören. Das gefällt mir. Schaut euch den kleinen Ori an. Ich nenne jetzt einfach mal Ori, weil auch im Intro gesagt wurde, der hat mich getroffen. Oh, ich darf nicht ins Wasser fallen. Ja, wenn das mal gut geht. Da oben komme ich noch nicht hin. Und diese kleine Flamme, die uns begleitet, die ist, die beschützt uns, die ist unser Freund. Ah. Wir wollen aber erstmal hier dieses, dieses ganze Böse zerstören. Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganz Nibel zu reisen. Ah, die Welt heißt Nibel. Und wenn ihr meine Let's Plays kennt, merkt ihr, dass ich etwas, etwas langsamer spreche. Und vielleicht auch manchmal etwas kindlicher wirke. Aber das ist genau das, was ich in diesem Let's Play möchte. Dann, dieses Spiel bringt das so in mir auch zum Vorschein. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Sehr schön. Drücke, um dein Spiel zu speichern. Wir speichern jetzt mal. Oh, ist das süß. Ah, und jetzt brauche ich noch andere Geisterportale. Gut, da komme ich noch nicht hoch. Aber schaut euch mal die Animation an, wie der da runterrutscht. Hahaha. So. Boing. Und zum Glück haben wir diese Geisterflammen gefunden. Ohne die wäre mir ganz schön... Ganz schön eine Bredouille hier, sozusagen. Okay, das habe ich das letztes Mal geschafft. Ah, ja. Okay, das können wir nicht kaputt machen. Aber wir kommen jetzt da weiter. Das Spiel ist... Also, ich weiß nicht, wie es euch gefällt, aber... Was hier? Halt das Schiff gedrückt, um Objekte zu greifen und zu verschieben. Das ist ja krass. Der Kleine... Vorsicht, nicht weiter. So. Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine benötigt wird... ...nötig ist. Ich bin diese Jump'n'Runs ja wirklich gar nicht mehr gewöhnt. Und ich spiele gerade noch mit Maus und Tastatur, aber ich werde wahrscheinlich... ...die dieses Spiel dann doch mal den Gamepad auspacken. Das sieht so aus, als ob das Sinn machen würde. Ah, wieder ein Schlüsselstein. Das kann sich mal ein bisschen flüssiger angehen. Da hinten ist noch ein Gegner. Gehen die Gegner nochmal extra... Ja. Sehr schön. Kann ich jetzt da nach unten gehen? Ah ja. Cool. Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Wir haben ja schon Schlüsselsteine gefunden. Die müsste ausreichen, oder? Ja. Sehr schön. Oh, das ist so toll gemacht, ey. Hammerspiel. Hat ein bisschen geruckelt gerade. Oh. Ah. Hier sind Wegweiser, Hohlhain, Schwarzwurzelgänge und... Geisterhöhle. Wer soll wohl zur Geisterhöhle? Oh, ich bin gefährlich. Was sind denn das für garstige Viecher? Sollen wir hier mal speichern? Ja, machen wir. Gut. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Da können wir mehr Kampf machen. Mehr Kampfskillen. Wiedererwecken. Ermöglicht das Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abklingzeit. Ich nehme jetzt einfach mal das. Ich weiß nicht, ob das doof ist, aber das klingt gut. Der Ovi hat ein richtiges Bomber oder Ball am Start hier. Ah, ja. Das sieht böse aus hier. War es aber nicht. Wir müssen herausfinden, was diese Verderbnis hier hervorgebracht hat. Oh. 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 Oh nein. Wie ungeschickt. Ich komme jetzt hier wieder hoch. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, ich habe mich jetzt ganz schön hier reingeritten. Autsch. Da gibt es Lebensenergie. Ich gehe schnell hin. Wahrscheinlich bin ich total falsch jetzt. Oh, wieder eine Fähigkeit erhalten. Dann nehmen wir das noch mit diesem Geistermagnet. Das sieht auch cool aus. Dieser Balken ist halt... Ach so, okay, ja. Kommen wir jetzt nicht hier noch. So. Wo sind wir jetzt eigentlich? Der Geisterbaum ist doch da oben. Ich muss doch hoch. Und da ist noch ein... Ich kann auch nicht die Wände hochrennen irgendwie. Das kann der Kleine bestimmt irgendwann. Ah, okay. Da waren jene, die sich der Hoffnung zuwanden. Aha. Habt ihr gesehen? Das war einer unserer Rasse, unserer Spezies. Aber der ist alt, oder soll ich das sein? Als sie verwüstete und tötete. Es wird immer von sie gesprochen. Das Licht des Geisterbaumes lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Gottes Lohn. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von viel, den Geistern. Das ist ja genial. Was speichern wir hier ab? Schaut euch das an! Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln. Sehr schön. Gibt es eigentlich Fallschaden? Nein, gibt es nicht. Sehr schön. Wir sind einiges stärker jetzt. Und das ist eine gute Fähigkeit, was die das so ansaugt. Die ganzen Items. Komm, Uri. Aha. Die sind schon ziemlich garstig, die Gegner hier. Oh, wie mache ich das jetzt? Ah, ja. So. Nicht sterben, Uri. Ich sage immer Uri. Also ich gehe davon aus, wirklich. Was er das ist. Aha. Der Geisterbaum ist doch da oben. Soll ich es mal da probieren? Oh nein, da ist schon ein Gas, Digga. Kann ich noch mal speichern? Ja, kann ich. Punkt habe ich keine mehr. Das ist nichts. Ah, aber da. Ich liebe es ja, wenn man so viele Secrets in einem Spiel finden kann. Was kann ich jetzt hier machen? Im Fall ist es überhaupt nicht linear, ne? Oh, das war... Oh nein. Wollte ich gerade sagen, das war aber knapp. Hm. Da haben wir schon Power, der Kleine. Aber mit nur einem Leben ist es, glaube ich, gar nicht so cool, was ich hier mache. Ich probiere es jetzt trotzdem nochmal. Okay. Das war nichts. Ich probiere jetzt einfach das Teil hier. Und dann gehen wir in die andere Richtung weiter. Das erinnert mich an glückliche Zeiten, wenn ich Giana Sisters gespielt habe auf dem Amiga. Bitte was? Das heißt aber nichts. So haben wir nicht gewettet. Okay. Ja, ich hätte... ...bestimmte Dinge davor machen sollen. Yes. Okay. Okay. Ah, okay, so macht er das. Immer wenn er... ...wenn er getroffen wird... ...lässt er hier was aus. Komm ich jetzt irgendwie hier hin? Nee, da komm ich noch nicht hin. Und rätseln muss man hier auch, das wird immer besser. Jawohl, da haben wir wieder ein Leben bekommen. Da soll man jetzt ja eigentlich nicht lang. Ich merke schon, bei diesem Spiel ist das eine gute Zeit. Wie im Flug. Ah, hier. Hier ist also... Da fehlen uns auf jeden Fall noch die Schlüsselsteine. Ja, das ist jetzt die Frage, wo finde ich die? Okay, da müssen wir vielleicht doch nach unten. Oder dann den schwierigen Weg hier. Da kann sich auch tatsächlich dupen. Oh nein, wir müssen uns nachher dupen. Oh nein, das ist die Frage. Ich finde, dass du nicht mit Ori. Dies ist ein Kartenstein. Eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nibel anzufertigen, während er wuchs. Ich finde ja diese Sprache, die sie spricht, diese Flamme, äußerst interessant. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Es gibt Kartensteine. Okay, das haben wir noch nicht. Einen Stein haben wir gefunden. Gut, den haben wir gefunden. Da müssen wir jetzt tatsächlich da oben lang. Und ich werde jetzt einfach die ganzen Punkte hier sammeln, so gut es geht. Damit wir so stark wie möglich sind. Richtig cool. Also oben lang. Wir werden hier das Spiel speichern. Das ist sehr cool, dass er sich im Rückwärtsgang verteidigen kann. Oder sie. Oder es. Schreibt mir doch Kommentare. Ob das wirklich Ori ist, so wie ich denke. Und ob Ori ein R oder ein Sie oder ein Es ist. Und vor allem, ich würde mich über Kommentare freuen, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr das auch so toll findet wie ich. Schaut mal, wie der auf der Kante steht. Huhu. Oh nein. Oh nein. Wir brauchen den Stein tatsächlich. Aha. Also der Schwierigkeitsgrad wächst auf jeden Fall schon mal. Und ich würde sagen, ob wir den Schwierigkeitsgrad meistern und hier diese Todesfallen überwinden können, das seht ihr das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, Videospaß mit Morgi und Ori in dem Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und drückt den Abo-Button, dass ihr immer up to date seid. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, einen schönen Abend. Ciao.